Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Top 5 Video von Top Trends. In unserem heutigen Video geht es um die 5 besten Mini-Bag-Öfen im Jahr 2022. Wir haben diese Liste wie immer aufgrund von umfangreichen Recherchen zusammengestellt. Dazu zählen unter anderem tausende Kundenbewertungen, zahlreiche Testberichte und vieles mehr, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse der verschiedenen Käufertypen erfüllen. Jeder einzelne Mini-Bag-Ofen hat im Preisvergleich eine Top-Qualität, egal ob es um Leistung, Preis oder speziellen Einsatzzweck geht, wir haben für dich den richtigen Mini-Bag-Ofen dabei. Zu allen 5 hier vorgestellten Geräten haben wir auch jeweils ein Einzelreview-Video gemacht, das genauer in die Details des jeweiligen Mini-Bag-Ofens geht. Solltest du dich also für einen der vorgestellten Mini-Bag-Öfen besonders interessieren, schau dir doch auch das entsprechende Video dazu an. Die Links hierzu findest du in der Videobeschreibung. Die Links zum Kaufen oder aber um dich weiter zu den entsprechenden vorgestellten Mini-Bag-Öfen zu informieren, findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Die aktuellen Preise zeigen wir dir ebenfalls. Diese können sich aber mit der Zeit auch ändern, je nachdem wann du das Video schaust. Doch genug geredet, jetzt wollen wir loslegen mit Platz Nummer 5, den Stillstern Mini-Bag-Ofen mit Umluft. Mit seinen insgesamt 13 automatischen Programmen bietet dir der Mini-Bag-Ofen von Stillstern eine große Auswahl unterschiedlichste Speisen zuzubereiten. Der Garraum von 45 Litern ist groß genug, um auch zwei Hähnchen gleichzeitig am mitgelieferten Grillspieß zu braten. Und mit der eingebauten Schnellaufheizfunktion kannst du auf das Vorheizen verzichten. Hervorzuheben ist noch, dass das Display alles in deutscher Sprache anzeigt. Der Stillstern kommt im Design eines klassisch-modernen Mini-Bag-Ofens. Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und in matt-schwarz gehalten. Auf der rechten Seite findest du die übersichtlich gestalteten Touch-Bedienelemente sowie das deutsche Display. Mit den Abmessungen von 54,9 x 40,8 x 36,2 cm ist der Stillstern nicht unbedingt klein. Durch die große doppeltverglaste Ofentür kannst du den Kochfortschritt deiner Speisen auch dank des Innenlichts jederzeit beobachten. Der Türgriff ist wärmeisoliert und bietet eine sichere Handhabung. Und die vier Gummifüße sorgen für einen sicheren und festen Stand des Mini-Bag-Ofens auf deiner Arbeitsfläche. Die Einstellung und Bedienung des Stillsterns ist durch die Touchscreen-Tasten sehr einfach und selbsterklärend. Neben den 13 automatischen Programmen kannst du ihn auch individuell einstellen. Das ermöglicht eine besonders flexible Nutzung des Stillstern-Mini-Bag-Ofen. Auch die automatischen Programme lassen sich nach Bedarf anpassen. So ist es zum Beispiel kein Problem die Backzeit zu verlängern wenn du deine Pizza gern etwas knuspriger magst. Durch seine starke Leistung von 2000 Watt und der integrierten Schnellaufheizfunktion Power Boost heizt der Mini-Bag-Ofen von Stillstern extrem schnell auf, sodass ein Vorheizen nicht erforderlich ist. Das spart Energie und somit gerade heutzutage eine Menge Geld. Oberhitze, Unterhitze und Umluft kannst du in allen Varianten einstellen. Ob nur Oberhitze oder Unterhitze oder kombiniert mit Umluft. Du hast die Wahl. Probiere doch einmal Oberhitze mit Umluft und Drehspieß für ein knusprig gegrilltes Hähnchen aus. Auch durch den weiten Temperaturbereich von 40 bis 230 Grad Celsius in Kombination mit dem Timer der von einer Minute bis zu 8 Stunden frei einstellbar ist, hast du die Möglichkeit fast alles Erdenkliche zuzubereiten. Und durch den großen Innenraum mit 4 Einschubhüllen kannst du auch ohne Probleme einen größeren Kuchen backen. Durch die 13 Automatikprogramme kann auch der Anfänger mit dem Stillstern von Beginn an perfekte Kochergebnisse erzielen, spart aber auch dem Profi viel Zeit. Und wie schon vorher erwähnt kannst du die Automatikprogramme auch nach deinem Vorlieben anpassen. Neben backen, grillen, tosten oder Brot aufwärmen kannst du auch Kekse backen gefrorenes auftauen oder deine Speisen warm halten. Im Betrieb ist der Mini-Backofen von Stillstern sehr leise. Er kann also zum großen Teil auch deinen konventionellen Backofen und deine Mikrowelle ersetzen, gerade wenn du nur eine kleine Küche hast. Die Reinigung des Stillstern Mini-Backofens ist sehr einfach. Dank des herausnehmbaren Krümelblechs werden Speisereste und Säfte einfach aufgefangen. Der Innenraum kann mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden und das Backblech, Ofenrost oder Grillspeß kann in die Spülmaschine. Das mitgelieferte Zubehör ist sehr umfangreich. Neben dem Mini-Backofen enthält das Paket zwei Backbleche, das Krümelblech sowie ein Gitterrost mit Griff zur leichteren Entnahme. Auch der Drehspieß wird mit einem Greifer geliefert. Weiterhin werden ein paar Ofenhandschuhe, eine Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch und ein deutschsprachiges Rezeptheft mitgeliefert. Selten haben wir einen Mini-Backofen gesehen, der ein so umfangreiches Zubehör besitzt. Mit dem digitalen Mini-Backofen von Stillstern erzielen auch Einsteiger dank der zahlreichen Automatikprogramme von Anfang an gute Back- und Kochergebnisse. Die Tasten des Touchscreens und das übersichtliche Display machen die Bedienung einfach. Als Nachteile sehen wir, dass Temperatur, eingestellte Programme oder die Restzeit nur geändert werden können, wenn der Ofen ausgeschaltet ist. Auch eine Arretierung der Ofentür wäre noch schön gewesen. Doch das ist Klagen auf hohem Niveau, vor allem zu diesem günstigen Preis. Alles in allem kann man sagen, dass dieser Mini-Backofen durchaus in der Lage ist, einen konventionellen Backofen zu ersetzen, vor allem in kleinen Haushalten. Noch zu erwähnen ist, dass der Firmensitz von Stillstern in Deutschland liegt. Stillstern ist von seinem Mini-Backofen so überzeugt, dass der Hersteller dir beim Kauf eine dreijährige Zufriedenheits- und 60-tägige Geld-Zurück-Garantie gibt. Besitzer dieses Mini-Backofens sind begeistert von den Backergebnissen. Er ist einfach zu bedienen und sehr leise, auch mit Umluft-Funktion. Der Mini-Backofen heizt viel schneller auf als ein gewöhnlicher Backofen und spart Energie. Ein funktionsreicher Mini-Backofen mit umfangreichen Zubehör und super Preis-Leistungsverhältnis. Bei Amazon erreicht der Stillstern Mini-Backofen mit Umluft eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen bei fast 3200 abgegebenen Bewertungen. Ein sehr gut durchdachter Mini-Backofen zu einem günstigen Preis. Der Preis des Stillstern Mini-Backofen liegt zurzeit bei 114 Euro für Neuware. Warehouse-Deals haben wir zurzeit nicht gefunden, fügen aber einen Link in die Videobeschreibung ein, falls diese wieder verfügbar sein sollten. Falls du nicht weißt was Warehouse-Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen. Platz 4 Auf unserer Liste der 5 besten Mini-Backöfen erreicht der TZS Fürst Austria Mini-Backofen. Der Mini-Backofen von TZS Fürst Austria hat eine stufenlose Temperatureinstellung von 100 bis 230 Grad Celsius. In seinem großen Garraum von 60 Litern kannst du somit auch ein ganzes Hähnchen oder größere Braten problemlos zubereiten. Mit Ober- und Unterhitze sowie Umluftfunktion verfügt dieser klassische Mini-Backofen über die Funktionen der meisten konventionellen Backöfen. Das Design ist recht klassisch gehalten aber nicht unschön. Was als erstes auffällt ist die große doppelt verglaste Ofentür mit dem silberfarbenen Griff. Dieser in Kombination mit den vier Drehreglern auf der rechten Seite setzen einen schönen Kontrast zum ansonsten in matt-schwarz gehaltenen Gehäuse. Trotz seiner kompakten Größe von 45 x 62 x 41,4 cm benötigt der TZS Fürst Austria Mini-Backofen ein gutes Stück Platz auf deiner Küchenarbeitsfläche. Denn du solltest rundherum auch etwas Platz lassen, damit die entstehende Wärme auch ungehindert abgeführt werden kann. Das solltest du vor dem Kauf bedenken, vor allem wenn du eine kleine Küche hast. Das Innenlicht und die rutschfesten Standbeine runden das Design dieses durchaus gelungenen Mini-Backofens ab. Ob Backen, Grillen oder Toasten, alles ist viel Zeit- und Energieeffizienter als mit einem herkömmlichen Backofen und kann ohne großen Aufwand erledigt werden. Im Vergleich zu normalen Backöfen sparst du somit außerdem auch Geld. Im weiten Temperaturbereich von 100 Grad bis 230 Grad Celsius können Oberhitze unter Hitze und Umluft stufenlos geregelt werden. Dank seiner hohen Leistung muss der Ofen nicht vorgeheizt werden. Und dank der Innenbeleuchtung und des großen Sichtfensters kannst du den Kochvorgang leicht beobachten. Der bis zu 60 Minuten einstellbare Timer gibt ein akustisches Signal ab, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist. Die wärmeisolierte Doppelglastür gewährleistet, dass keine Wärme entweicht und die Tür von der Außenseite nicht heiß wird. Die Kipptür mit dem wärmeisolierten Griff ermöglicht somit ein sicheres Handling. Außerdem hat die Ofentür eine Sicherheitsarretierung, was bei Mini-Backöfen dieser Preisklasse nicht unbedingt zum Standard gehört. Die vier Heizelemente sind aus rostfreiem Stahl hergestellt und garantieren somit Langlebigkeit. Es stehen dir insgesamt vier Einschubhöhen zur Verfügung. Je nachdem was du backst, kochst oder grillst, du findest für Ober-, Unterhitze oder Umluft immer die richtige Einschubhöhe. Mit der Umluftfunktion kannst du somit auch gleichzeitig zwei Pizzen zubereiten. Du hast also mit dem Mini-Backofen von TZS Fürst aus Tria alle Möglichkeiten, die dir dein Standard-Backofen liefert. Nur viel energieeffizienter. Außerdem gehört zum Lieferumfang ein Grillspieß, auf dem du Hähnchen oder einen Fleischspieß knusprig zubereiten kannst. Um die Reinigung brauchst du dir keine großen Gedanken zu machen. Der Innenraum ist durch sein Design ohne schwer zu erreichende Ecken leicht zu reinigen. Und Speisereste oder Säfte sammeln sich auf dem einfach herausnehmbaren Krümelblech. Zum Lieferumfang gehören neben dem Mini-Backofen ein emailliertes Backblech mit Fettablaufrinne und ein Gitterrost mit Zange zur sicheren Entnahme, sowie ein Grillspieß. Mit dem TZS Fürst aus Tria Mini-Backofen erhältst du einen Mini-Backofen, der es mit so manchen konventionellen Backofen aufnehmen kann. Vier Einschubhöhen, Ober- und Unterhitze sowie Umluftfunktion, groß genug um zwei Pizzen oder ein großes Hähnchen am Grillspieß zu zubereiten. 230 Grad Hitze die durch 2000 Watt schnell ohne Vorheizzeit erreicht werden und die leichte Reinigung machen den Mini-Backofen von TZS Fürst aus Tria zu einem Kandidaten den du in Betracht ziehen solltest, wenn du einen hochwertigen und preisgünstigen Mini-Backofen suchst. Besitzer dieses Mini-Backofens loben den geringen Stromverbrauch trotz der hohen Leistung. Der TZS Fürst aus Tria Mini-Backofen rentiert sich schon nach wenigen Monaten. Kekse und Kuchen gelingen perfekt. Selbst ein Bäcker und Konditor ist begeistert von den Backergebnissen und empfiehlt diesen Mini-Backofen weiter. Hähnchen werden super knusprig und die Reinigung ist dank des herausnehmbaren Krümelblechs sehr einfach. Bei Amazon erreicht der TZS Fürst aus Tria Mini-Backofen eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 3100 abgegebenen Bewertungen. Ein klassischer Mini-Backofen zu einem günstigen Preis. Der Preis des TZS Fürst aus Tria Mini-Backofen liegt in der Klasse um etwa 130 Euro für Neuware. Warehouse-Deals haben wir zurzeit nicht gefunden, fügen aber einen Link in der Videobeschreibung ein, falls diese wieder verfügbar sein sollten. Auf Platz Nummer 3 schafft es der Russell Hobbs Mini-Backofen Express Airfrei 5 in 1. Wenn du nicht nur einen Mini-Backofen sondern auch eine der besten Heißluft-Fritteusen suchst, solltest du den Russell Hobbs 26095, auch bekannt als Express Airfrei Mini-Oven, in die engere Wahl ziehen. Er kann nämlich nicht nur Pommes fritt und Frühlingsrollen frittieren, sondern ist auch ein vielseitiger Mini-Backofen, der die Arbeit mehrerer Geräte übernehmen kann. Heißluft-Fritteusen sind in letzter Zeit sehr beliebt geworden und eignen sich perfekt, wenn du den Geschmack und die Konsistenz von frittierten Lebensmitteln magst, aber beim Kochen weniger Öl verwenden möchtest. Es ist jedoch auch sinnvoll ein Gerät zu haben, das auch andere Aufgaben erledigen kann, insbesondere wenn du den Platz in deiner Küche optimal nutzen willst. Der Russell Hobbs Express Airfrei Mini-Oven kann also nicht nur leckere Pommes, Chicken Nuggets, Frühlingsrollen und so weiter zubereiten, sondern noch viel mehr. In dieser Hinsicht ist dieses Küchengerät eine praktische Lösung, da man mehrere andere Geräte ersetzen kann und nur Platz für ein Gerät benötigt. Noch besser, der Russell Hobbs Express Airfrei Mini-Backofen wird all diejenigen ansprechen, die ein eher konventionelles Küchengerät mit Drehknöpfen bevorzugen, im Gegensatz zu den Geräten die einen Touchscreen haben und eine App benötigen um optimal zu funktionieren. Es ist nicht altmodisch, denn die Leistung ist effizient. Die Bedienung ist etwas retro, aber auf eine gute Art und Weise. Wenn du also auf der Suche nach etwas bist, das vielseitiger ist als eine sehr gute Heißluftfritteuse, dann ist der Russell Hobbs Express Airfrei Mini-Oven ein interessanter Kandidat für dich. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei diesem großartigen Küchengerät nicht nur um eine Fritteuse, denn es verfügt auch über vier weitere Kochmodi. Es kann sowohl frittieren, grillen, backen, tosten und auch warm halten. Nicht schlecht für ein Gerät, das weniger als 100 Euro kostet. Und es gibt noch mehr gute Eigenschaften, denn Russell Hobbs gibt an, dass das Gerät bis zu viermal schneller vorheizt als ein herkömmlicher Backofen. Diese Zahl bezieht sich auf einen herkömmlichen Elektro-Backofen, der auf 220 Grad Celsius vorgeheizt wird. Vom Design her handelt es sich eher um einen Backofen als um eine Fritteuse. Der Zugang zum Garraum erfolgt vorne über eine Glastür, die sich nach unten öffnet. Außerdem gibt es keinen lauten Lüfter. So wie das Gerät konstruiert ist, ist es auch sparsam im Stromverbrauch. Nach Angaben von Russell Hobbs ist das Gerät beim Backen einer Tiefkühlpizza bei 200 Grad Celsius um 63% energieeffizienter als ein Backofen. Es stehen 1500 Watt Konvektionstechnologie zur Verfügung und auch das Volumen ist beachtlich. Mit einem Fassungsvermögen von 22,8 Litern kannst du alles zubereiten. Von der großen Pizza bis hin zu einem ganzen Hähnchen. Wie bei einem normalen Backofen hat der Mini-Backofen drei Einschübe, sodass man bei Bedarf auch größere Stücke einlegen kann. Er ist also vielseitig, sehr flexibel und effizient. Aber taugt er auch was? Mit den Maßen 35 x 45,3 x 29,7 cm und einem Gewicht von 6,45 kg entspricht er in etwa der Größe eines größeren Mikrowellenofens. Er nimmt auch genauso viel Platz in Anspruch, sodass du etwas Platz auf der Küchenzeile brauchst, um ihn unterzubringen. Natürlich sollte man, wie bei jedem Gerät dieser Art, etwas Platz rundherum frei machen. Denn bei der beachtlichen Leistung, die der Russell Hobbs Express Air-Frei-Mini-Ofen liefert, muss die entstehende Wärme auch abgeführt werden können. Dies kann ein Knackpunkt sein, wenn du mit einer zu kleinen Küche zu kämpfen hast. Im Lieferumfang ist neben dem Gerät alles enthalten, was du brauchst, um loszulegen. Ein Grillrost, eine Bratpfanne, Tropfschale, ein Frittierkorb und eine herausnehmbare Krümelschublade. Diese sitzt in einem Schlitz direkt unter der Tür und fängt Brotkrümel und andere Speisereste auf, die sich mit der Zeit ansammeln. Die anderen Einlegeböden werden wie bei einem normalen Backofen in die Schlitze des Geräts eingeschoben. Mit den drei Drehknöpfen auf der Vorderseite kannst du den Modus, die Hitze und den Timer einstellen. Darüber befindet sich ein rotes Ein-Aus-Licht und das war's auch schon. Insgesamt sind die Qualität der Komponenten und das Design und die allgemeine Verarbeitungsqualität für ein Gerät unter 100 Euro wirklich sehr gut. Die Leistung ist ebenso beeindruckend wie das Design und die Verarbeitungsqualität. Das Beste am Russell Hobbs Express Air-Frei-Mini-Ofen ist, dass er Speisen auf verschiedene Arten zubereiten kann. Eine spezielle Fritteuse ist schön und gut, aber dieses Gerät nimmt den gleichen Platz ein und kann für eine Vielzahl von Gerichten verwendet werden. Um mit dem Kochen oder Backen zu beginnen muss man nur wenig tun. Du schiebst einfach das mitgelieferte Zubehör nach Bedarf ein und gibst deine Lebensmittel hinein. Pizzen sind in einem konventionellen Backofen nicht immer einfach zuzubereiten, aber der Russell Hobbs Express Air-Frei-Mini-Backofen schafft das mit Bravour. Die Pizza wird knusprig ohne zu verbrennen und behält auch die gewünschte Saftigkeit. Der Vorteil dieses Geräts besteht darin, dass die oberste Position im Vergleich zu vielen herkömmlichen Öfen höher liegt und ebenfalls eine schnelle und einfache Sichtkontrolle von Lebensmitteln ermöglicht, die normalerweise leicht anbrennen können, wozu Pizzen definitiv gehören. Auch bei Pommes macht der Russell Hobbs eine gute Figur. Sowohl tiefgefrorene als auch selbstgemachte Pommes werden knusprig und goldbraun. Allerdings solltest du wie bei den meisten Heißluftfritteusen üblich, den Frittierkorb ab und zu schütteln, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. Auch hier ist das Sichtfenster auf der Vorderseite sehr praktisch, um den Fortschritt zu beobachten. Mit den Drehreglern auf der Vorderseite des Geräts kannst du alle Einstellungen vornehmen und mit etwas Übung gelingt es dir, deine Schweißen so zuzubereiten, wie du es möchtest. Ein echter Pluspunkt ist die Tatsache, dass er besonders gut vorgebackene Brötchen aufwärmt und sie warm hält, während es in der Küche wie in einer Bäckerei duftet. Der Express Air-Frei Mini Backofen von Russell Hobbs ist eine gute Lösung, wenn du deinen großen Backofen weniger benutzen und eine Vielzahl von verschiedenen Gerichten mit einem Tischgerät zubereiten möchtest. Der Express Air-Frei Mini Ofen bietet eine schnelle und einfache Alternative und vereint zudem mehrere Kochoptionen in einem Gerät. Es handelt sich zwar eher um einen Konvektions-Mini Ofen als um eine Heißluftfritteuse, aber er ist trotzdem ziemlich vielseitig. Die Bedienung erfordert ein wenig Übung, je nachdem wie man sein Essen zubereiten möchte. Die Bedienelemente machen aber durchaus Spaß und sind eine willkommene Abwechslung zu Touchscreens und LCDs. Der Russell Hobbs Express Air-Frei Mini Ofen wird auch sehr heiß, sodass er für alle geeignet ist, die ihre Speisen gerne knusprig mögen. Wobei wohl Pommes und Brathähnchen die Favoriten sein werden. Umgekehrt erweist sich das Gerät auch als nützlich, um Speisen warm zu halten. Du kannst den Mini Backofen zwar anstelle deines Backofens verwenden, vor allem weil er sich sehr schnell aufheizt. Obwohl das Gerät anscheinend für Familien gedacht sein soll, sind wir der Meinung, dass dieses Kombigerät eher ideal für eine oder zwei Personen ist. Das Fassungsvermögen des Geräts ist in Ordnung, aber in der Praxis wird es keine Komplettlösung für jemanden sein, der viele Münder zu füttern hat. Letztendlich ist das Gerät für sein Geld kaum zu kritisieren. Auch wenn sein leichtes Retro-Design vielleicht nicht jeden ansprechen mag. Überwiegend positive Bewertungen bekommt der Russell Hobbs Express Air-Frei Mini Ofen auch bei Amazon. Der Mini Backofen überzeugt mit seiner Geschwindigkeit mit der er Speisen zubereitet. Viel schneller als bei Ober- und Unterhitze im normalen Backofen. Das Gerät ist sehr leise und auch leicht zu reinigen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist kaum zu schlagen. Bei Amazon erreicht der Express Air-Frei Mini Ofen von Russell Hobbs eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 840 abgegebenen Bewertungen. Ein toller Mini Backofen mit Air-Frei Funktion. Der Preis des Express Air-Frei Mini Ofens liegt in der Klasse um etwa 100 Euro für Neuware. Warehouse-Deals sind etwa 25 Euro günstiger. Auf Platz Nummer 2 haben wir den SEG Appliances SOV 820 Smart Oven Pro. Über SEG SEG ist eine preisgekrönte Marke für Küchengeräte. Das umfangreiche Sortiment umfasst Kaffeemaschinen, Backöfen, Wasserkocher, Teezubereiter, Herde, Küchenmaschinen, Entsafter, Mixer, Brotbackautomaten, Toaster, Mikrowellen, Waffelmaschinen, Eismaschinen und vieles mehr. Der SEG Smart Oven Pro ist ein leistungsstarker und vielseitiger Mini Backofen mit einem Fassungsvermögen von 21 Litern und 10 Kochfunktionen. Er verfügt über ein intelligentes Element IQ System für eine effizientere und effektivere Wärmeverteilung, ein LCD Display und ein großes Sichtfenster. Der SEG Smart Oven Pro Mini Backofen ist ein Gerät mit großem Fassungsvermögen und 10 Kochfunktionen. Der Smart Oven Pro ist mit einem speziellen Element IQ System ausgestattet das aus 5 Heizelementen besteht, die die Wärme automatisch dorthin leiten wo sie benötigt wird, um gleichmäßige Ergebnisse erzielen zu können. Der Smart Oven Pro wird mit Zubehör wie einem Ofenrost, einem emaillierten Blech, einer emaillierten Bratpfanne und einer antihaftgeschichteten Pizzapfanne geliefert. Das extra große Sichtfenster und die eingebaute Backofenbeleuchtung sorgen dafür dass du sehen kannst wie dein Essen gart. Außerdem gibt es ein LCD Display das den Kochmodus, den Vorheizstatus und die verbleibende Kochzeit anzeigt. Beim Schongaren werden die Speisen bis zu 10 Stunden bei niedriger Temperatur gegart, danach schaltet das Gerät automatisch auf die Warmhaltefunktion um. Außerdem gibt es eine Umluftfunktion die die Garzeit um bis zu 30% verkürzt. Dies wird durch eine effiziente Zirkulation der warmen Luft erreicht. Der Backofen verfügt über eine Vorheizfunktion von 2400 Watt. Der Smart Oven Pro hat ein Fassungsvermögen von 21 Litern. Das Smart Element IQ System besteht aus 5 unabhängigen Quarzheizelementen und nutzt intelligente Algorithmen, um die Leistung dorthin zu lenken wo sie benötigt wird, um schnell gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Ein LCD Display zeigt die verfügbaren voreingestellten Optionen an. Es zeigt auch an, ob der Vorheizmodus aktiv ist und, falls nicht, die verbleibende Garzeit. Es gibt eine große Auswahl an Zubehör. Dazu gehören ein Backofengestell, eine emaillierte Bratpfanne und eine antihaft beschichtete Pizzapfanne. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SIG Smart Oven Pro Mini Backofen ein Gerät mit großer Kapazität und vielseitigen Funktionen ist. Besonders gut gefällt uns die Vielseitigkeit, vor allem die 10 Kochmodi. Interessant ist auch das intelligente Element IQ System, das die 5 Quarzheizelemente je nach Bedarf einstellt. Uns gefallen auch der LCD-Bildschirm, das Zubehör und das große Sichtfenster. Kurzum, bist du auf der Suche nach einem hochwertigen mit vielen Funktionen ausgestatteten Mini Backofen? Dann ist der SIG Appliances SOV 820 Smart Oven Pro definitiv eine Überlegung wert. Weitere Informationen zu diesem Mini Backofen von SIG Appliances und aktuelle Preise findest du, wenn du die entsprechenden Links in der Videobeschreibung klickst. Bei Amazon erreicht der SOV 820 Smart Oven Pro eine Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 möglichen Sternen bei bereits mehr als 70 abgegebenen Bewertungen. Ein sehr hochwertig verarbeiteter Mini Backofen. Dieser Meinung sind auch viele Besitzer des SOV 820 Smart Oven Pro. Sie loben die hervorragenden Backergebnisse bei gleichzeitig leichter Bedienbarkeit. Auch die schnelle Aufheizzeit und die gleichmäßige Wärmeverteilung kommt gut an. Ein hochwertig verarbeitetes Gerät zum kleinen Preis. Der Preis des SOV 820 liegt zurzeit in der Preisklasse um etwa 280 Euro für Neuware. Warehouse Deals haben wir zurzeit nicht gefunden, fügen aber einen Link in die Videobeschreibung ein, falls Warehouse Deals zukünftig erhältlich sein sollten. Den ersten Platz in unserer Liste der besten Mini Backöfen 2022 hat sich der Ninja Foodi 10 in 1 Multifunktions Ofen verdient. Beim Ninja Foodi 10 in 1 Multifunktions Ofen handelt es sich um einen Mini Backofen mit mehreren Funktionen, den du auf der Arbeitsfläche deiner Küche aufstellen kannst. Er arbeitet so gut wie ein großer Backofen, du kannst aber in ihm auch zum Beispiel perfekt deinen Toast zubereiten. Er ist ein sehr gut durchdachter Mini Backofen mit einem einzigartigen und einfach zu bedienenden digitalen Bedienfeld im Griff der Ofentür. Der Ninja Foodi 10 in 1 ist groß und kastenförmig mit den Abmessungen von 33,5 x 43,5 x 50,5 cm. Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und an der Glastür befindet sich ein schwarzer Kunststoffgriff, der alle elektronischen Bedienelemente enthält. Das bedeutet, dass die Größe des Geräts fast der Größe des Backgrounds entspricht. Außerdem befinden sich die Bedienelemente auf Augenhöhe, sodass sie leicht zu sehen und zu bedienen sind. Die Tasten reagieren sehr gut auf Berührungen und die Programmierung des Backofens ist einfach und selbsterklärend. Wenn du eine der 10 Funktionen auswählst, zeigt dir das Bedienfeld an, welche Einschubposition du wählen solltest. Im Lieferumfang des Foodi 10 in 1 sind zwei Ofenröste, ein Frittierkorb, ein Bratblech, zwei Backbleche und ein herausnehmbares Krümelfach enthalten. Außerdem besitzt der Ninja ein Licht im Inneren des Backofens, damit du den Fortschritt der Zubereitung deiner Speisen im Auge behalten kannst. Der Ninja Foodi 10 in 1 Multifunktionsofen hat eine extrem schnelle Vorheizzeit von 90 Sekunden und ist beim Zubereiten bis zu 40% schneller als ein konventioneller Umluftofen. Was weiterhin positiv auffällt ist sein großer Innenraum in dem du auch größere Braten problemlos unterbringen kannst. Schauen wir uns jetzt die 10 eingebauten Funktionen näher an. Braten XL Im Gegensatz zu vielen anderen Mini-Backöfen passt in den Ninja Foodi ein ganzes großes Hähnchen oder auch ein 5 Kilogramm Totan. Wenn du möchtest kannst du darin eine komplette Mahlzeit für die ganze Familie inklusive Beilagen zubereiten. Braten Die Funktion Braten funktioniert ähnlich wie die Funktion Braten XL, nur mit einer langsameren Gebläsegeschwindigkeit. Sie ist für das Braten von kleineren Fleisch- oder Gemüseportionen gedacht. Heißluft Frittieren Mit dem Ninja Foodi 10 in 1 kannst du deine Hähnchenflügel, Pommes und Chicken Nuggets mit bis zu 75% weniger Öl knusprig braten. Das ist definitiv gesünder als herkömmliches Frittieren, aber um ehrlich zu sein kann man das Öl nicht ganz weglassen. Es macht die Gerichte nämlich erst richtig knusprig. Backen Mit der Backfunktion kannst du bis zu 2 Bleche mit Kuchen, Kixen oder Muffins gleichzeitig backen. Dörren Mit diesem vielseitigen Mini Backofen kannst du auch dein Lieblingsobst und Gemüse dehydrieren und leckere Jerkies herstellen. Das dauert zwar ein paar Stunden, aber das Ergebnis ist das Warten allemal wert. Grillen Wenn du dein Fleisch gerne grillst ist diese Funktion genau die richtige für dich. Sie bräunt die Oberseite deines Essens perfekt und sorgt so für ein aufregenderes und schmackhafteres Grillergebnis. Toast Mit dem Ninja Foodi Mini Backofen kannst du nicht nur deinen Dörrautomaten ersetzen, sondern auch deinen Toaster. Er kann bis zu 9 Scheiben Toast in einem Durchgang rösten. Begel Die Begelfunktion funktioniert ähnlich wie die Toastfunktion. Du musst den Begel nur mit der Schnittseite nach oben legen um ein perfektes Ergebnis zu erhalten. Pizza Egal ob du eine selbstgemachte Pizza oder eine im Supermarkt gekaufte Tiefkühlpizza zubereiten möchtest. Mit diesem Umluftofen bist du bestens gerüstet. Die Wärmeverteilung ist viel besser als bei einem herkömmlichen Ofen, sodass du ein gleichmäßig gebackenes Ergebnis erhältst. Aufwärmen Wärme deine vom Vortag übrig gebliebenen Speisen mit dieser Funktion einfach wieder auf. Auch deine Pizza, Pommes oder Hähnchen werden dank des Lufterhitzers wieder schön knusprig. Für einen Mini Backofen sind das eine ganze Menge an Funktionen. Mehr als so mancher konventioneller Backofen hat. Der Ninja schaltet automatisch in den Vorheizmodus, der immer 90 Sekunden dauert. Sobald der Vorheizmodus beendet ist beginnt er automatisch mit dem Countdown für die Garzeit, sodass du dein Essen bereits vorbereitet haben solltest bevor du mit dem Vorheizen beginnst. Obwohl der Hersteller angibt, dass die Bleche, Roste und der Frittierkorb spülmaschinen fest sind, empfiehlt er sie der Langlebigkeit wegen von Hand zu reinigen. Alle Teile lassen sich aber relativ leicht von Hand reinigen. Um zu verhindern, dass sich Fett und Öl einbrennt, lege einfach Backpapier oder Alufolie auf das Blech oder den Rost. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, weiche das Blech über Nacht ein, damit sich ein Gebranntes leichter lösen kann. Die dem Gerät beiliegende Gebrauchs- und Pflegeanleitung ist hierzu außergewöhnlich ausführlich. Der Ninja Foodie 10 in 1 Multifunktionsofen gibt dir eine Menge Möglichkeiten deine Speisen zuzubereiten. Obwohl er mit seinen Maßen ein gutes Stück Arbeitsfläche in deiner Küche benötigt, zahlt es sich aus wenn du nach einem Ofen suchst, der dir fast jede Mahlzeit zubereiten kann. Er eignet sich für alles. Vom Toasten von Brot über das Erhitzen von Tiefkühlpizza bis hin zum Backen, Rösten und Dehydrieren. Außerdem kann er Luft frittieren was bedeutet, dass du die Funktionalität mehrerer Geräte in einem Paket erhältst. In puncto Leistung kann er es mit einem ausgewachsenen Elektrobackofen aufnehmen und das bei wesentlich geringerem Stromverbrauch. Ein weiterer Pluspunkt des Ninja Foodie 10 in 1 ist die schnelle Vorheizzeit. Du kannst dein Essen bereits nach 90 Sekunden in den Ofen schieben, das ist deutlich schneller als bei einem herkömmlichen Umluftofen. Das alles macht den Ninja Foodie 10 in 1 Multifunktionsofen zu einer klaren Kaufempfehlung. Das sehen auch viele Besitzer des Ninja Foodie Multifunktionsofen so. Das Gerät heizt sehr schnell auf und die zubereiteten Speisen gelingen super. Ideal auch zum Campen, da er mehrere andere Küchengeräte und zum großen Teil auch den Küchenherd ersetzt. Er ist sauber verarbeitet und sieht hochwertig aus. Der Ninja Foodie 10 in 1 ist sein Geld wert. Bei Amazon erreicht der Ninja Foodie 10 in 1 Multifunktionsofen eine Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 530 abgegebenen Bewertungen. Ein toller Mini-Backofen mit Airfrei-Funktion. Der Preis des Ninja Foodie Multifunktionsofens liegt in der Klasse um etwa 280 Euro für Neuware. Warehouse Deals sind etwa 30 Euro günstiger. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass der richtige Mini-Backofen für dich dabei war. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu den vorgestellten Mini-Backöfen haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video schaust.